Da ist ja ein Arm im Bild. Nein, ein Elgato Steam Deck. Ist jetzt nicht angeklemmt, also beziehungsweise OBS läuft hier gerade nicht, aber schicker Automat. Das Ding, ja, als Kombipaket aus der Schnäpschenabteilung kann man so ein bisschen frei programmieren auf ganz vielen Ebenen für alles, was man so braucht. Wenn du weißt, was ich meine. Ein genauer Test wird irgendwann folgen. Ich muss nur gucken. Ich muss das ja zwischen meinem Knast aufhalten, irgendwie auf reich kriegen. Also da muss man auch mal ein bisschen gucken, wie das passt. Vielleicht kann ich das ja im Knast machen. So, tschüss.